Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Tutorial. Und zwar habe ich ein brandneues Bild aus meiner Serie Fallen Angel. Und anhand von diesem Bild möchte ich euch heute mal ein Tutorial zeigen. Und zwar geht es um den Hintergrund. So sah das Bild aus ohne die Photoshop-Bildbearbeitung. Und ich möchte euch zeigen, wie ich das gemacht habe, dass ich einfach den Untergrund mit der Plane und den Federn hier einmal erweitert habe, dass wir sozusagen dieses fertige, hübsche Bild bekommen mit dieser tollen Fläche. Ja, so wie habe ich das jetzt gemacht? Wie habe ich hier außenrum das Ganze erweitert? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich einmal eine Auswahl erstellt. Dazu habe ich hier dieses Werkzeug, das dritte von oben, das Lasso-Werkzeug verwendet. Und bin jetzt einfach mal hergegangen und habe mir eine schöne Stelle aus der Plane. Zum Beispiel hier diese Ecke. Einmal so ausgewählt. Habe mir die kopiert. Bearbeiten, kopieren. Und setze wieder ein. Bearbeiten, einfügen. Und jetzt habe ich die hier auf einer separaten Ebene. Und jetzt kann ich einmal durch Bearbeiten trimmen das Ganze verschieben. Seht ihr das? Das, was ich ausgewählt habe, habe ich jetzt auf einer extra Ebene und kann mir das jetzt verschieben. Und jetzt setze ich mir das einfach mal hier in die obere Ecke rein. So arg größer ziehen. Muss man ein bisschen vorsichtig immer sein, gell? Aber so geht das. Hier sitzt ein kleines Loch, das macht nichts aus. So, das war jetzt mal das Erste. Dann werde ich mir das nochmal kopieren und vielleicht hier in diese linke Ecke noch reinsetzen. Einmal die Ebenen nochmal kopieren. Bearbeiten, trimmen, ziehe es mir hier rüber und ich kann es mir ja hier auch einmal drehen. Und ebenfalls hier in diese Ecke setzen. Passt sogar schon so von der Größe. So. Jetzt gehe ich nochmal auf den Hintergrund, auf das gesamte Bild. Da bin ich nicht ständig die gleiche Ecke immer reinsetzen. Werde ich jetzt hier oben links was anderes reinsetzen. Und zwar, ich blende mir jetzt mal die zwei Sachen nochmal aus. Werde ich jetzt mal eine Auswahl hier um diesen Bereich machen. Der ist auch ganz schön. So. Wieder bearbeiten, kopieren. Command C. Bearbeiten, einfügen. Command V. Und ihr seht es hier, ich habe das als Ebene. Command T. Also bearbeiten und trimmen. Ja, ist besser, dass ich mir die nochmal eingeblendet habe. Dann sehe ich das. Und jetzt kann ich das hier nochmal verschieben, was ich gerade kopiert habe. Das ist übrigens mein Touchpad gerade gewesen, weil ich arbeite ja mit einem Grafiktablet. Und ich ziehe das jetzt hier natürlich ein bisschen größer. Und setze mir das jetzt einfach mal so hin. Ja. Jetzt fehlt mir hier oben noch ein Stück. Da kopiere ich mir diese Ebene einfach nochmal. Drehe die ein bisschen. Mach die vielleicht etwas kleiner wieder. Und ich setze mir die hier so ran. So. Jetzt folgendes. Diese kleine Lücke hier oben im Eck, die spielt keine Rolle. Und ihr seht ja, ich habe jetzt hier überall so diese Übergänge, diese Kanten. Und jetzt hier auch noch eine kleine Lücke. Ist keine Rolle. Das werde ich jetzt alles wegstempeln. Und zwar fasse ich jetzt einmal diese vier Ebenen zusammen. Also ich markiere die alle. Rechte Maustaste und sage, auf eine Ebene reduzieren. Ja. Jetzt habe ich das alles komplett auf einer Ebene. Das sieht so aus. Ja. Und darunter liegt mein Bild. Und jetzt sehe ich hier am Popo geht die Textur mal ein bisschen drüber. Ich lege jetzt hier einfach eine Maske an. Und dann kann ich hier am Popo diese Stelle hier wegmaskieren. Ansonsten geht es nirgends drüber übers Model. Das ist jetzt nur hier am Popo. Und die ganzen Kanten hier, die muss ich natürlich jetzt auch noch wegbekommen. Also erst mal eine Maske. Dann ein Pinsel mit schwarzer Farbe. Ich nehme jetzt nicht 100%. Ich nehme jetzt mal ein bisschen, keine Ahnung, 40 rum. Und dann maskiere ich mir das jetzt hier einfach mal so ein bisschen weg. So. Und dann sieht das nämlich schon gut aus. Ansonsten gucke ich jetzt, dass ich wieder hier auf der Textur bin. Und dann nehme ich jetzt mir einfach hier dieses Werkzeug. Das Stempelwerkzeug. Und dann werde ich mir jetzt einmal hier diese Ecke wegstempeln. Immer gucken, dass es schön stempelt. Gelegentlich muss man hier nochmal über so ein paar Dinger drüber gehen. Dann hatte ich ja hier noch eine Lücke. Die ich ein bisschen schöner stempel. Und ich zoome da jetzt auch ein bisschen hier so ran. Ihr seht, da sind jetzt nur so komische Kanten. Ah ja, die macht es mir noch nicht ganz. Die tue ich nachher wegstempeln. Ich gehe da nochmal zurück. Ich weiß, woran das liegt. Weil der da... Weil der hier an dieser Stelle, da hat er nichts. Da tut er sich schwer. Okay, das mache ich nächstes Mal. Okay, genau. Und die anderen Konturen. Um die jetzt hier weich zu kriegen und damit das einen flüssigen Übergang gibt zu diesem Bild, gehe ich jetzt her und fasse mal diese zwei Ebenen zu einem Bild zusammen. Mache ich Command, Alt, Shift und E. Alle vier Ebenen zu einem Bild zusammengefasst. Und da kann ich nämlich jetzt draufstempeln. Weil ich brauche jetzt alles auf einer Pixel-Ebene. Und dann kann ich hierher gehen und hier schönen Übergang einfach stempeln. Ja, dann hier oben sind ja ebenfalls noch diese Kanten oder hier diese schwarzen Löcher. Die Schatten muss man ein bisschen anpassen. Ja, jetzt sieht es doch ganz gut aus hier oben schon mal. Und hier ist noch eine Kante, die muss ich wegkriegen. Da nehme ich mal den Reparaturpinsel ein bisschen größer. Ich mache ihn wieder kleiner, um diese Kante hier wegzukriegen. Dann hier. Und dann war hier noch eine Kante. Ich gehe da mal ein bisschen größer rüber. So, seht ihr die? Und hier die Kante. Und die hier. Hier geht die Kante natürlich weiter und die darf man auch nicht vergessen. So. Dann ist wichtig, das Bild nochmal in groß anzugucken. Hier sieht es nämlich noch ein bisschen komisch aus. Und einfach mal noch ein paar Stellen rauszufinden, wo vielleicht die Übergänge komisch aussehen. Also man muss darauf achten, dass man richtig schön ordentlich hier ein bisschen gestempelt hat. Sonst sieht es komisch aus. Sonst fällt es natürlich auf. Aber wenn man jetzt mal hier so drauf guckt, dann sieht das Ganze doch klasse aus. Und man merkt nicht, dass ich die eine Ecke hier hochgesetzt habe oder so. Also ich finde, das haben wir gut hinbekommen. Und ja, so sah es vorher aus. Und so sieht es jetzt aus. Und ihr habt gesehen, das geht relativ einfach. Und schon hat man den Hintergrund oder den Untergrund in diesem Falle erweitert. Ich finde das eine klasse Sache, weil man kann ja nicht oftmals den Untergrund mit den Federn, mit der Plane oder was auch immer darunter liegt. Vielleicht ein Stoff, ein toller Stoff, nicht so großfleckig auslegen im Studio, dass es immer dem Bildschnitt entspricht, den wir gerade haben. Ich hätte das Model natürlich noch viel kleiner auch ins Bild reinmachen können und es außenrum noch größer. Dank Photoshop geht das. Und das hat natürlich seinen Reiz. Und ich finde, das ist doch super geworden. Relativ einfach und simpel, wie man sowas machen kann. Aber ich sehe gerade hier ist vielleicht noch eine Stelle, da kann man noch ein bisschen so drüber stempeln, dass sich das noch mehr verwischt. Oder hier der Übergang. Also da müsst ihr einfach gucken, dass man überall einen schönen Übergang hat. Und dass es einfach harmonisch dann aussieht. Und zoomt euch immer rein ins Bild, ein bisschen näher rein, weil dann kann man noch kleine Stempelfilderchen entdecken. Und dann hat man ein tolles Bild. Ja, ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen und das könnt ihr bestimmt bei euren Bildern einsetzen, denn sowas braucht man eigentlich immer wieder. Deswegen habe ich gedacht, das ist doch ein super Bild, euch mal das Ganze zu zeigen, wie man das so macht. Ja, danke, dass ihr das Video geschaut habt. Und ich hoffe, ihr schaut euch fleißig meine anderen Videos an. Also, bis zum nächsten Tutorial. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. 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 Vielen Dank.